Hi Leute, Johnny hier. Hallo Maximilian, ich möchte mich bei dir mit diesem Video bedanken, für unsere Zusammenarbeit und für deine Hilfe. Ohne dich wäre ich heute niemals da, wo ich es jetzt wäre. Ja, jetzt werdet ihr euch da draußen bestimmt fragen, wer ist dieser Maximilian und was redet Johnny da für ein wirres Zeug? Natürlich. Maximilian ist ein Coach, er unterrichtet Pickup. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Pickup bedeutet Verführung. Und es geht dabei viel tiefer, wie ich jetzt begriffen habe, als einfach nur Frauen zu verführen. Aber vorweg, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Wie bin ich auf dieses Thema Pickup, Verführung und Maximilian gestoßen? Ich habe mich mit Verführung beschäftigt und eines Tages kam mein Vater zu mir und sagte, Jonas, was ist das eigentlich für ein wirres Zeug, was du da die ganze Zeit machst und wovon du die ganze Zeit redest? Und dann sagte ich, ja gut, warte kurz, bin bei YouTube online gegangen. Für alle, die es auch sehen wollen, gibt einfach Maximilian Pütz oder Joker, so wie er sich nennt. Oder, wenn ihr ihn direkt suchen wollt, Seduction Coach ein und ihr werdet direkt fündig. Und dadurch bin ich auch auf seine Videos gestoßen. Und wir saßen da, guckt uns das an. Und dann sagte mein Vater plötzlich, fing an zu lachen und sagte, das stimmt, was der sagt. Das stimmt alles. Mein eigener Vater, ich war... Ich fand es einfach so lustig und es fanden bei mir selber persönlich Veränderungen statt und ich unterhielt mich mit meinen Eltern darüber, über dieses Thema und dann kamen wir plötzlich zum Punkt, ja warum eigentlich nicht? Warum? Ich gucke mir das Ganze mal an und bin dann auf einen Workshop von ihm gegangen. Und als ich auf diesem Workshop ankam, fand ich da eine komplett gemischte Truppe von Leuten vor. Es war einmal ein Soldat war da, Oberfeldwebel, wenn ich das richtig erinnere, ein extrem schüchterner, verunsicherter Mann. Nicht der Soldat jetzt, ich rede wieder von einem anderen. Ein meine Wenigkeit, ja, ein total ausgeflippter Kerl, dem eigentlich immer nur eingetrichtert wurde, halt dich zurück, sei leise und mach keinen Quatsch. Und ein Chirurg, der, wie er selbst sagt, aus dem Grund da war, weil er das Verhältnis zwischen ihm und seinen Patienten, sowohl Männer als auch Frauen, einfach intensivieren wollte, weil es geht bei diesem Thema extrem viel um Kommunikation, um sprachliche Mittel, Vertrauen beim Menschen aufbauen. Verführung von Frauen ist da ein, ist zwar das eigentliche Hauptthema, aber man verbessert sich dort in allen Bereichen. Und auf diesem Workshop haben wir eine absolute Unmenge an Frauen angesprochen. Und ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch wirklich niemand ohne eine Telefonnummer nach Hause gegangen. Aber es war wirklich der absolute Wahnsinn. Wir sind während dieses Workshops, bei diesem Workshop extrem in die Tiefe gegangen. Jeder hatte irgendwelche Fragen, persönlichen Fragen, die bis ins Detail wirklich beantwortet wurden und auf jede Frage auch eingegangen wurde. Und wir, ich persönlich habe gelernt, meine, meine bislang unterdrückte oder versucht, zur unterdrückende Ausgeflipptheit extrem positiv zu nutzen. Der, aber das aller absoluteste Highlight dieses Workshops war die männliche Jungfrau. Er kam beim Workshop an, eine Körperhaltung extrem schüchtern und zurückhaltend. Und am Ende dieses Workshops saß derselbe Kerl vor uns. Und ja, wie ist es bei ihm geliefen? Ja, im Rahmen eines wissenschaftlichen Clubbesuches, im Rahmen des Workshops, hat dieser Kerl mit einer Go-Go-Tänzerin, hat der Kerl einfach eine Go-Go-Tänzerin geküsst. Und, wow, meinen großen Respekt nochmal dafür. Ich habe das nicht geschafft, ja. Nein, aber nach diesem Wochenende war ich wie ausgewechselt. Ich bekam zu hören, wow, Jonas, ich finde es wirklich toll, deine neuen Klamotten. Und wow, Jonas, du siehst echt gut aus mit deiner neuen Frisur. Und ich sagte, okay, danke, aber ich habe dieselben Klamotten und dieselbe Frisur wie vorher. Also, mir wurde dann gesagt, ich sei nach diesem Wochenende einfach wie ausgewechselt gewesen. Meine Eltern sagten mir nicht mehr, sei nicht mehr so ausgeflippt, sondern sagten nur noch Sachen wie, wow, du hast dich so toll entwickelt. Ja, und ich möchte nochmal meinen riesengroßen Respekt und mein riesengroßes Lob für dich, Maximilian, dafür aussprechen, dass du als Verführungscoach im Vergleich zu den amerikanischen Coaches, alias Mystery, Bad Boy, für alle die, die ja ein bisschen Ahnung von haben, die werden wissen, wovon ich rede, dass du im Gegensatz zu diesen Leuten extrem menschlich bist. Also, du gehst, naja, diese amerikanischen Leute haben halt diese Eigenart, das, was sie beibringen, ihre Lehren und Taktiken extrem in den Stein zu meißeln. Und dann steht man da und ich persönlich hatte damit überhaupt gar keinen Erfolg. Überhaupt gar keinen. Und dann war ich bei dir auf deinem Workshop und hab auch wirklich so gut wie nichts mehr mit Mystery gemacht und bin extrem erfolgreich gewesen. Ja, wie man jetzt auch heute gesehen hat nach dem Dreh. Naja, jedenfalls hat sich auch in meinem kompletten Arbeitsumfeld, nach diesem Workshop hat sich das Klima in meinem Arbeitsumfeld verändert, zwischen Lehrern, meinen Klassenkameraden, ist es einfach toll geworden. Und ich meine, was ich jetzt begriffen habe mittlerweile, die meisten gehen mit der Intention da rein, ich weiß es nicht, ich bin ja per Zufall daran geraten, viele gehen mit der Intention da rein, einfach, wie gesagt, Frauen kennenzulernen, Frauen zu verführen. Ich selber kann mittlerweile sagen, dass wunderschöne Frauen kennenzulernen und Sex mit diesen wunderschönen Frauen zu haben, ein, klar, nicht zu unterschätzender, wirklich cooler Nebeneffekt ist in meinem Leben. Aber, dass mir selber auffällt, dass es in allen Bereichen meines Lebens sich derart verbessert hat. Und Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Danke, 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 schön nochmal an dich Maximilian und ich freue mich wirklich auf weitere Zusammenarbeit. Macht's gut, Leute. Euer Johnny.